Und das hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich nicht mehr weiter singen konnte. Welcher Moment war bis jetzt der bewegendste in deiner Karriere? Ich würde meine Karriere zweigeteilt betrachten. Das war einmal der Teil von DSDS, der unglaublich bewegend war, an den ich mich aber, weil er auch schon wieder 16 Jahre her ist, nicht mehr so Tag für Tag erinnern kann, dass ich vieles so als Gefühl zusammenfasse. Aber wenn ich von heute spreche, ist es tatsächlich, da gab es einen Auftritt in Düren, das ist in der Nähe von Köln, wo ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin nach dem Lockdown. Und es waren sofort, ich glaube, 850 Menschen da. Und ich singe meinen Song und 850 Menschen singen den einfach mit. Und das hat mich so dermaßen umgehauen, dass ich nicht mehr weiter singen konnte. Und das mache ich wenigstens. Und zwar wenn es diese Eigenschaften geht,